Den Bummel durch den Kurort beginnen wir am Musikpavillon. Den Bummel durch den Kurort beginnt. Im Zentrum des Kurbades befindet sich eine breite Hauptstraße mit Cafés und Hotelrestaurants, auf der man gut bummeln kann. Den Bummel durch den Kurort beginnt. Den Bummel durch den Kurort beginnt. Den Bummel durch den Kurort beginnt. Das ist die Veranstaltung mit den Heilquellen. Die Bummel durch den Kurort beginnt. Die Bummel durch den Kurort beginnt. Die Bummel durch die Kurort beginnt. Immer wieder gern fotografiert der Franzl, das Wahrzeichen von Franzensbad, das zu den ruhigsten Kurorten in Tschechien gehört. Die Bummel durch den Kurort beginnt. Bei jedem Schritt stößt man auf gepflegte Grünanlagen. Wir nähern uns nun den Hauptpavillon, wo gerade ein volkstümliches Konzert stattfindet. Die Einflanzung der Berkauf員 Musik Musik Applaus Nach der Besichtigung des malerischen Kurortes machen wir uns auf den Weg zu einer weiteren Seel...